30 Kilometer geht es. Oh, ja, ja, ich sehe es. Ich habe es fast gerne. Ich habe es ja immer wieder gespürt. Also, ja, ich habe es fast, ich komme mal an. Ich kann es ja keine schauen, dass ich nicht trotzdem werde. Wo sind wir? Also, ich habe es eben Leon. Ich bin jetzt schon mal wieder etwas folks. Ich bin auch immer wieder vers Prester mit dem motorcycles. Und dann wenn man hier wenn ich jetzt etwas koche, es wie dann einen Spiel hast? Das ist doch schon richtig viel, ne? Das können Sie nicht. Können die Leute vielleicht ein bisschen zeigen, wie die Installation ist? Ja, ja, gerne. Das können Sie mal festziehen, richtig fest. Ganz wichtig. Bitte... Hallo! Hallo! Können wir noch ein Foto machen? Ich kann schnell ein Bildchen mit Ihnen freien. Hallo! Ich bin der Guy. 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 Ich habe auch Vertrauen ins Auto. Nur, man weiß nie. Ich fahre jetzt gleich auf das Hindernis zu. Ich gebe immer Gas, weil ich ja eigentlich schlafe. Ich halte das Lenker nur aus Sicherheitsgründen fest, aber ich gebe nur Gas und Sie können das ja auch beobachten. Das Auto wird erst einen Piepton machen, also nach dem Motto, Junge, jetzt wach mal auf und dann wird gebremst und so, dass das normalerweise immer funktioniert. Das geht ganz gut. So festhalten es logisch. Die Geschwindigkeit sind jetzt so 50, 51. Ich mache nichts. Ich gucke nur, dass es wirklich alles gut geht. Jetzt wird es gleich piepsen. Es gibt immer noch Gas, es gibt immer noch Gas, es gibt immer noch Gas und jetzt gucken Sie, jetzt gehe ich auf die Bremse selber damit. Jetzt ist klar. Jetzt können Sie auch sehen, dass hier der Eingriff über eine City Safety Modus von Start gegeben. Okay? Okay. Danke. So und jetzt noch einmal, wenn Sie richtig, dass ich nur auf den Fahrer gucken kann. Oh, dann dürfen wir nochmal fahren. Die Fenster hätten auf, dann können Sie mal den Rad fragen. Und dann können Sie nochmal mit dem? Ja, ich muss das fahren. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017